Ja, Mavi. Neues Game. Wir schießen los. Baumfrist-Internet. Gerne Augustina. Oh, was haben wir da? Hey, Joyce! Ach, Hauptsache Papierkram und TV-Serien? Du kennst mich doch, Joyce. Jeden Tag in vollen Zügen genießen wir. Ja, natürlich, wir genießen das Leben. Foto in den Bergen, ein toller Swimmingpool, selbstverständlich will ich den Pool sehen. Natürlich, vielleicht bekommen wir noch so ein schönes Poolfoto von ihr im Bikini. Ui! Ho-ho-ho-ho-la! Gar nicht wahr, ich habe heute einen Brief bekommen. Ich wette dagegen. Ich habe noch einen Brief bekommen. Ich weiß noch nie, was drin ist. Machen wir eh. Ton hinterher. Es ist nahe der Entschrift, oder? Ton hinterher. Schlecht. Ähm. Ja, jetzt chill mal. Dein Leben. Wo ist denn der Umschlag? Ist der hier, oder? Der dauert wahrscheinlich nicht sein. Was willst du denn jetzt von mir? Ein Umschlag, oder? Jetzt habe ich mich auch gepasst. Jetzt seid ihr mich mit Chat beschäftigt. Ah, Eingangstür. Ja, jetzt chill mal. Ich gucke mir jetzt hier um, oder kommen wir da auch noch dazu, uns umzugucken. Ich habe jetzt nämlich echt keinen Bock, nicht mehr hier hoch können. Oh! Warte mal, gleich, gleich, gleich. Jetzt gehen wir erstmal auf Wursten. Erstmal ein Abscheißen. Fertig. So, da kommt der Weihnachtsbaum. Ja, jetzt chill doch mal. Ich suche deinen Brief schon. Mein Gott. Liebling, du fehlst mir so sehr. Es ist wirklich schade, wie es zwischen uns ausging. Ich bin bereit, uns eine zweite Chance zu geben. Und ja, vielleicht habe ich ein paar Dummheiten gemacht, aber das wird sich nicht wiederholen. Großes Ehrenwort. Lass uns alles gemeinsam besprechen. Okay. Was hast du denn gemacht? Irgendwas vom Finanzamt. Ja, wir lügen. Jetzt lassen wir doch hier ein bisschen gucken, Fräulein. Ja, so gehen wir hoch. Ich sehe dich. Du bist angekommen, warum hast du denn nicht angerufen? Ich hätte dich vom Flughafen abholen können. Sieht aus, als würdest du meine Freundin bei sich zu Hause Lichtspielchen treiben. Ja, aber sowas. Blödes Geschwätz immer gut. Die will Dickpick. Die will ein Dickpick. Hold on a second. No, 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 Mr. Grinch. Show me your Christmas spirit first. You have Sparklers in your closet, didn't you? Light them up in front of this window. Witzig, ich will mir erst mal umgucken, Fräulein. So. I'm sorry, I didn't come to your home right away, but I had to prepare something. You'll see it for yourself soon. Okay, Schatzi. Können wir jetzt hier Fernsehen gucken? Auch nicht. Heide, mach zu, Bruder. Mach doch zu, Alter. Es ist arschkalt. Arschkalt. Ach, was für Wunderkerzen. Hier steht's. Bruder. Schwester. Ja, jetzt kann ich gucken. Hier sind lauter so Dinger drin. Ähm, Schneekugeln. Hier gibt's bestimmt so Collectibles oder so mit den Dingen. Mit den Dinger. Dingen. Oh, da haben wir sie doch. Handfackel. Nein, das ist Verschwendung. Die braucht man auf dem Fußball-Event. Wir sind Hooligans. Hier ist es. Jetzt kann ich den Weihnachtsmuskirchen fühlen. Okay, hier ist die zweite Teil der Überraschung. Du erinnerst, das französische Wien du wollte? Bis du gesehen hast, die Preis-Tag? Heute? Wir versuchen es. Ich habe auch ein paar Feuerwerke. Also, take your Sparklers und komm her. Wir sind ein Weihnachtsmuskirchen zusammen. Bei der Seite, ich bringe dir ein Geschenk. Hast du mir auch etwas bekommen? Ich habe kein Geschenk unter dem Bett. Ich bin alle neben mir selbst. Geh dein Geschenk und komm zu sehen. Es ist unter dem Baum, nicht wahr? Hallo Sibylle. Was jetzt, unter dem Baum oder unter dem Bett? Unter dem Baum wahrscheinlich, ja. Die Alte will mit uns Wein und dann Chakaraka machen. Oh Mann. Alter nein, oder? Ich dachte, es wäre eine spezielle Nacht. Schau unter dem Baum, okay? Du hast ein Geschenk. Komm und siehst mich schon. Alter, wir haben ein... Wir wollen ja einen Antrag machen. Bruder, hör doch auf damit. Mach doch nicht sowas. Hoppa. Verschreib doch dein Leben nicht an den Teufel. Entschuldigung an alle verheirateten. Bruder, die unsichtbare Hand, ziehst du dir damit an. Lass es. Nimm das Messer mit. Nimm das Messer mit rüber. Oder mach dir noch Essen, Bruder. Esst noch irgendwas? Einen Schnitzel oder so? Lass sie warten. So, scheiß drauf. Geh mal, geh mal. Tschö mal. Äh, okay. Wer ist Licht? Da. Da. Da haben wir es. Nehmen wir doch gleich jede Post mit rein. Oh, Rechnungen. Ein Haufen unbezahlter Rechnungen. Ja, lass es liegen, Bruder. Das ist nicht dein Problem. Warum lässt man die Tür offen? Mach doch die Tür zu. Sag mal, ich würde sie töten. Bruder, du kannst doch nicht die Tür offen lassen. Hier, mein Geschenk. Ich nimm es mit und geh wieder. Cookies für den Weihnachtsmann und eine Milch. Das haben wir noch. Sind wir da? Können wir nicht zoomen. Hallo, Franzi. Ne, ich hab nichts. Nix an. Servus, Stu. Ich muss sagen, wie viele Geschenke. Aber es ist alles nur Deko, oder? Es ist alles Fake. Sie wartet bestimmt im Bett. Schatzi, schick mir ein Foto. Da ist schon um die Tür. Da ist auch nichts. Haben wir unendlich Fackeln? Nein, wir haben nicht unendlich Fackeln. Oh. Vielleicht Kübel. Ich bin schon im Haus, aber ich sehe dich nirgends. Hier ist ein kleines Durieinander. Ähm. Komm, wir sind frech. Was? Oh oh. Fuck. Wir sind im falschen Haus. Wir sind im falschen Haus. Wir können nicht rennen. Nicht crouchen. Nichts. Ähm. Wir sind im falschen Haus. Okay. Passiert. Ich hab's nicht gespielt. Du. Ich nicht. Bruder, was ist bei dir los da hinten? Ähm. Smash oder Pass? Schatzi? 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 Pass. Was seid ihr für ein Männer? Oh. Suchen wir Charlie. Das erinnert mich an Charlie. Haben wir da was drin? Nichts. Eine Kette. Ein Bier. Oh! Unsere Katzen-Hackfackbällchen. Nehmen wir mit. Danke, danke, danke. Mir ist scheißegal Samantha, ich brauche hier Wunderkerzen. Finde ich auch klasse, dass du auch welche da hast. Ich sammle sie. Den Kerzensammler. Opa, da haben wir noch eine. So, was haben wir denn hier? Merry Christmas Postkarte. Die Postkarte habe ich doch schon mal gesehen. Eigenartig. Tut mir leid, aber ich schaffe es nicht. Bis Weihnachten zurück. Dämliche Arbeit. Feier bitte ohne mich. Okay. Nochmal Kerze. Ein bisschen sparsam. Das ist mir Wurst. Es sind Kerzenjäger. Es gibt die Schürzenjäger und es gibt die Kerzenjäger. Da ist nichts mehr. Nein, dann gehen wir in den Keller. Hässlich. Ja. Zählen wir da was. Heidemann aus! okay okay so versteckt man sich okay ich verstecken und ich auch verstecken oder wie ja alles klar das weiß ich nicht christina doch da ist eine wunderkerze sehr gut sehr gut kann jetzt rennen der kann nicht rennen der hund der kann nicht rennen okay versperrt danke stu vielen dank kommt das geräusch her meine alerts spielen auch nicht gescheit ab legt mich doch kurz gescheit abgescheit abgescheit okay da können wir uns verstecken müssten wir uns verschenken bin ich doof checkliste das ist nicht die handschiffe von joyce irgendwer hat mich hier erwartet alles wird heute passieren es wird unser perfekter festtag er ist bald da also muss ich mich vorbereiten kleid weihnachtsbaum festtagsschmuck feuerwerk der ring er darf nicht entkommen er ist bereits hier sie will uns sie will ja oh yeah baby i'm here mama mama baby daddy is here heidi yalla komm hier mit rams auf den tisch direkt auf den tisch ok doch nicht ich will nicht ich habe kopfschmerzen migräne und so ich habe angst ich sehe dich wir haben die richtigen tisch ausgewählt schöne schuhe passt aber nicht zum kleid freudlein schwarz nägel kann ich auch machen lassen ok ja die kommt ich glaube auch pummel einhorn ich glaube nein wir lassen sie herkommen und da rennen wir durch der kann aber nicht trennen weil das ist ich bin auch nie weg bei gefahr wegrennen bei gefahr ist immer schlecht leute immer stehen bleiben lasst euch umbringen ist besser wie wegrennen ok ja da machen wir zu hier nehmen auch mit ok warte mal warte mal warte mal wir gucken gleich weiter genau supi genau supi bitte helfen sie mir bitte helfen sie mir da ist versperrt klar was ich mit der tür und ansonsten packen uns die andere tür ok wir packen uns die andere türen warum rennt er nicht der kann nicht rennen der kann nicht rennen was ein fisch alter warum rennt er nicht bruder warte mal wir lassen uns das hintertürchen mark stop scaring me i know that you're here i found the christmas tree that you knocked over and why did you take off its decorations do you even know how long it took me to decorate it das war ich nicht choise hör mir zu man hat mich hier eingesperrt choise hier geht irgendwas gruseliges scheiß abwehr wir warnen sie wir warnen sie wir warnen sie mark if you're still in someone else's house you need to get out of there and you need to explain what's going on mark do you need help i can scheiß drauf ja wir brauchen drei dinger ich nehme die nussknacker mit knackige nusschen ich nehme die nusschen hallo lelea woll franzi danke dir fürs abo nein bruder hey vivian danke dir auch fürs follow auf twitch ähm 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 von drei oho Mama kommt Mama ist schaffstab Bruder ähm Darauf erst mal Brownie Sweetie Where are you? Let's celebrate together Let's celebrate together Jetzt kommen sie alle Bruder Was? Ähm Erstmal Tür zu Jetzt essen wir erstmal unter dem Tisch einen Brownie So ganz verschüchtert und ängstlichen Brownie essen und dann gehen wir rüber Okay Ähm Die will nicht Da ist sie Mein Schatz Ähm Wo muss sie denn hin? Da ist Kette Ähm Kann die rennen? Kann die alte rennen? Kann die alte rennen oder taugelt die auch nur? Okay ähm Wir gehen einfach mal Scheiße ich muss aber da hin Ähm Was macht die jetzt? Kann die rennen? Ähm Bruder Ja was soll ich machen? Ja was soll ich machen? Ich muss da durch Die hat sie da fest gesessen Keine Ahnung was die da machen will Tür Tür